Siehste, Thomas, genau das habe ich gewusst. Na, dann hätte mal die ganzen Leute da. Ohne Kohl. Und danach komme ich mit meiner OIDER. Aus dem Rauch. Sind die denn heftig? Was geht denn bei denen ab? Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist auf jeden Fall schon mal das erste Highlight. Nein, finde ich aber sehr interessant. Oh, AkimedoTV ist jetzt ein Wurm. Und, 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 und 1000. Oh, jetzt damit habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Skyfall war kampfstark. Ausdauerspezialist. Hey, meine Eis- Meine Schneemenschen sind doch die ganze Zeit umgefallen. Eins nach dem anderen. Sehr ausdauernd auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das komische Luger fangen. Oder auch nicht. Ich brauche deinen Code, Ramses. Ich will dich etten. Dann guck in die Beschreibung. Da steht mein Code immer drin. Fürs Eppen. Äh, Eppen. Eppen. So, war drin im ersten. Ihr seht, voll gecheated. Deswegen, das geht gerade raus an Niko Dorf. Dass ich mit dem mein Ding machen kann. So, machen wir hier das. Oh, Koli hat mein Skyfall noch auf. Ja. Glückwunsch, sagt man an der Stelle. Und jetzt holen wir unser Hoppa ab. Und gucken uns mal an, was da jetzt drin ist. Ne, ein Hippo Hoppa Saurus Mit 1424. Der ist auf jeden Fall schon mal besser als ein Thomas seiner, weil der hatte nur 1407 gehabt. Ja. 1439 wäre das 100%. So. Das kann nicht fliehen. Habt ihr es wenigstens mit gelber Beere gefangen? Wollen wir uns ganz viel Zeit lassen? Und wollen hier tausend Bonbons, ach tausend Bälle drauf werfen, bis es drin bleibt? Vergiss nicht das Klickwäden, ne? Ich zeige eine Stunde mein Hoppa, bevor ich es fange. Ja gut, es ist ja jetzt einfach drin. Also das war jetzt gar nichts Besonderes. Aber wenigstens Pokédex Eintrag. Hoppa! Kann man Hoppa tauschen? Ich hab leider keine Freunde zum Tauschen, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Erstauner Spukball Psycho Geist. Wie hoch kommt der denn? Auf 3,7. Da kann das Melo Wetter aber mehr. Achso. Und es ist ein... 15, 14, 12. Richtig schlecht für GBL. Einfach mal in der GBL reinpacken und sagen, guck mal, Superliga, was geht da? Aber so doch ganz recht nicht, ne? Ja. Sieht ja auch lustig aus mit seinen zwei Hörnern, die er da hat. So ein kleiner, richtiger Diablo. Guck mal, Diablo. Oh, gut. 14, 31, 96 e.v. Das ist sehr schön. Freut mich, dass da so viele was... Gerade im Hoppa auf zweiter Account. Wo steht dein Code? Immer noch in der Beschreibung. Das war's jetzt, ja? Sagt ihr? Ja. Nach Hoppa. Geht's nicht mehr weiter. Komm später wieder. Gut. Hauptsache Hoppa gefangen, ne? Glückwunsch. Das war's jetzt mit unserer Seite aus. Jetzt müssen wir nur noch 5,5 Stunden absitzen an Zeit. Aber dafür gibt's ja noch die Sammelherausforderung. So. 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 So.